Unser Hof ist seit 200 Jahren im Familienbesitz und wir haben Eigengrund 15 Hektar und gepachtet haben wir noch 30 Hektar dazu, damit wir unsere Rinder versorgen können. Unsere Maschinen sind alle neu, wir haben alles in Eigen. Wir brauchen keine Fremdarbeitskraft auf dem Hof. Arbeiten tun, hauptberuflich meine Frau und ich und der Großvater hilft immer und auch der Sohn, der Martin, wenn der Hut brennt, nimmt er sich Urlaub von seiner Firma. Mir wurde das Arbeiten gehen zweitleisig und die Landwirtschaft zu Hause zu viel. Es war immer zu viel Stress, haben wir dann zu Schluss gefasst, wir machen uns größer und ich höre mit der Arbeit auf. Vor der Bauzeit haben wir 15 Kühe gehalten in Anbindehaltung und nach der Bauzeit stehen wir momentan auf 54 Kühe. Ich habe mich für das Produkt von Teller Wall entschieden, weil mir das modernste Produkt vorkam und das Preis-Leistungs-Verhältnis auch gestimmt hat. Wir haben diesen Melkstand gewählt, weil wir den Kontakt zu den Tieren besser haben. Es ist eine bessere Übersicht, man steht tiefer, man sieht die Klauen besser, man hat alles im Blickfeld vom Euter, von Behandlungen vom Euter und es ist einfach viel mehr Kontakt als wir beim automatischen Melksystem wie beim Roboter. Effektiv ist das Produkt, wir haben zuerst die gleiche Melkzeit gehabt als wir jetzt. Also wir haben mehr Einkommen durch weniger Arbeitszeit. Das ist die Klauen mehr Arbeitszeit. Das ist die Klauen mehr Arbeitszeit. Untertitelung des ZDF, 2020